Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Roblox. Ähm, was sollen wir spielen? Ich spiel mal G-Break. Ähm, sei häftling, häftling. So. Da war der 31er Move. Da war die Leute. Die Leute, die Leute. Ich bin auf die Leute. so immer aufpassen, ihr könnt ja auch pullen kommen direkt ja fuhren uns ein Auto Diego ja 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 Wir stehen in die Beziehung. Ist hier irgendeiner? Ach, mal schmalen. Okay, dann ein Fallschirmsprung und das war es auch schon. Ich muss einmal kurz gucken, wo der Zug ist. Vielleicht können wir dann den überfallen. Mann. Ich war eigentlich gerade, ich gehe es hier online am zocken. Dann habe ich gedacht, dass ich kurz... Ah, da ist der Zug. Nein, du verpasst. Das ist ein Scheiß. Komm, noch schnell ein Auto. Spawn. Das war es auch schon von dem Video. So. So. So.